jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute das 17 türchen vom zfischen events kalender dann stech das handy direkt einmal hier rein und wir machen das türchen auf wieder so ein kleines türchen wie gestern richtig schwer wieder mal gucken vielleicht wieder gummifische oder wieder in 23 in 20 gramm in der farbe blubel ist nicht aktiv wieder aus der barsch alarm serie oder doch das update also die neue farbe und was einfach aus 20 gramm richtig große auch richtig groß blatt der wird richtig action im wasser ohne richtig coole farbe man sieht hier einmal das spinnerblatt richtig schön richtig reflektierend also farbe blubel trifft auf jeden fall zu der geht sicher gut auf große barsche so tiefe tiefe bagger sehen ist der auch gut rapfen in der größe kannst du auch schon auf hechten ist eigentlich so ein euro und zander kann sich auch mit fangen und eine richtig geile farbe also echt richtig schön richtig groß dann sag ich danke fürs einschalten und wieder schauen unsere reingehauen und bis morgen zum 18 tüche